Hallo, ich bin Hamid Rezol-Nematoloi. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin in Deutschland mehr als vier Jahre leben in Deutschland. Ich habe die Theaterseite 1989 bis 2009. Ich bin in Iran und weiter aus Iran. Ich weiter aus Iran, Theater und Cinema wie Schauspieler und Regisseur auch. Und jetzt bin ich in Deutschland. Heute ist der 2. März 2020. Und ich bin jetzt 540 Jahre alt. Ja, ich bin Hamid Rezol-Nematoloi. Und meine künstlerische Biographie ist in Google auf Englisch und auf Persisch auch. Und sie können suchen, sie können mich, sie können mich in Google suchen auch. Ja, ich bin Hamid Rezol-Nematoloi, Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin Hamid Rezol-Nematoloi. Ich bin Hamid Rezol-Nematoloi. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin in Deutschland mehr als vier Jahre alt. Ich bin in Deutschland. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus dem Akter- und Cinemaschauspieler aus. Und da ist meine Artistik-Cinemate-Abiographie in Google, in Englisch und in Persisch auch. Ich bin Hamid Rezol-Nematoloi. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus Iran. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus. Ich bin ein Theater- und Cinemaschauspieler aus.